Heute Vormittag, um noch mal zur Sacharbeit dieses Parlaments zu kommen, haben wir uns im Familienausschuss mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Eine sehr schlimme Krankheit. Sie steht viel Zeit, sie ist sehr schmerzhaft und sie ist ohne jeden Nutzen, also völlig überflüssig. Die AfD ist die Endometriose der deutschen Politik. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung und ich bitte darum, mich hier nicht jetzt zu stören. Das kann doch nicht sein hier. Wir werden als Kranke dargestellt, als Kranke dargestellt. Ich werde schon offensichtlich so sagen, dass es ein Herzspiel ist. Ich prüfe das. Also, ich werde das noch mal prüfen und behalte mir dann entsprechende Maßnahmen vor. Aber jetzt bitte ich Sie alle, mal wieder leise zu sein und vor allen Dingen sich hinzusetzen und nicht Drohgebärden zu machen.